sagen wir doch mal hallo und herzlich willkommen zurück zu seven days oder ich bin dazu braucht man dabei ist der kugel ruhe und die schlumpfieder und eine schreierin hallo und eine schreierin wieso wir brauchen wird nicht mal so weit du fährst also die drei händler schrotzen richtig verstanden ja dafür musik hält man die glaube ich kohle ist nicht das problem essen ist das problem auch nicht ich denke wir will mir jetzt schon beim hüblein geschickt haben ja eben so erstmal gucken wo die ganzen händler sind straight norden straight süden und direkt nebenan da sie quasi so wie finde ich den am besten händler einmal so hier war schnittsgrille ja hier ja ja jetzt weiter ich fahre mal die händler die große händlertour heute ich sehe mal mut beim ist ja auch mal wieder repariert werden der muss man die werkstatt einmal zum service irgendwann wenn du gescheiter service mitarbeiter findest hast du zeit ich bin gar nicht gescheiter ich wollte sagen gescheiter bei euch niemand will dass ich ein motorisiertes gefährt repariere wirklich niemand doch abenteuerlustige vielleicht ich glaube mit abenteuerlust hat das nicht viel zu tun ich habe wieder so eine bedrohliche musik da im hintergrund irgendwo Ist bei euch was los, oder? Ja, im Moment nix. Hallo Wüste, nun kennen wir uns auch. Nein! Ach, dieses zweimal nachschlagen, geht mir echt durch die Nerven manchmal. Uuuuhhhhhh. Uuuuhhh. 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 habe ich ja schon verdammt ja stahlhandschuhe 6 ich bin ich muss jetzt hier zum händler handelsroute öffnen war noch gar nicht dass eine neue stadt doch irgendeiner war da schon bei mir dann bin ich da schon mal gewesen weil das ist das zerstörte gebiete verbrannt oder was ist es ist hier verbrannt ja dann bin ich da schon mal gewesen okay hier war ich noch nicht dann kannst du ja mal gucken hast du noch jahre mit das habe ich ja ja schrott fliegt habe ich keine gefunden habe eine m60 das ist so ein anker war zwar nicht ich aber gut das hört sich aber dramatisch an auch ganz so schlimm ist nicht hier auch kein mensch m60 hat mir glaube ich auch schon so so ich bin beim händler ich habe den anderen eben noch mal geteilt zur wand da ist er doch genau da ist hinter drei alles klar so da gucke ich mal was der hat da gehe ich mal dass wir gutes brauchen ich habe noch so schlecht gelauern darum schön doch mal gucken wo ich nur eine tankstelle finde und das Ich höre hier dauernd ein, weil ich es eh nicht Ein so ein Mörderberg So, jetzt gucken wir mal Junge, wo bist du denn? Ich bin so gar nicht Da lebe ich nicht Was ist da dran? Nicht mit uns Nein Oh, nicht Das ist doch gemein Auch noch jemand Das Buch der glückliche Sammlerband 4 Warte Nee Und 4 habe ich schon, schade Okay, und Ödland schätze Band 6 Und wieder rein 6 habe ich auch schon Nicht mal Okay Andere Bücher hat der auch nicht Ja, es wird langsam schwierig mit Büchern halt Findet zwar dementsprechend, aber meistens hat man wenigstens von Gefechte der Stadt Band 7 Oha, Baseballspieler, äh, Fundballspieler meine ich Was war das? Ich habe das nicht zugehört können Gefechte der Stadt Band 7 Da habe ich schon Äh, ja, gefechte der Stadt Nee, da fehlt mir nur noch die 1 Okay Okay So Baddodoniosen 40 40 50 Nächeln Kein Schroth two Heizung 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 Okay. Ich teile mich auch mal mit her. So. Hier haben wir alles. Maschinengewerter, der nützt uns nichts, ne? Nicht wirklich. Der hat nix hier doch. Gehen wir los. Tschüss. Warte mal, ich weiß gar nicht. Was? Ach, nee. Größer 5 geht ja nicht, ne? Ich kann ja schon 5 bauen. Hm. Sekunde. Na 3. Alter. Gehen Sie es aber schon ein bisschen hin. Oh. Oh, toll. Da waren wir noch. Oh, oh, oh. Die leuchtet grün. Quält nicht. Also morgen, morgen bei Highlife, ne? Hm. 55 am Morgen haben wir noch Zeit. Ähm. Irgendwas müssen wir mit der Tür noch machen, ne? Weil letztens sind wir ja durch. Jupp. Einmal durchmarschiert. Ja. Da habe ich aber nicht mit gerechnet. Null. Habe ich also nicht mit gerechnet, dass sie durchgehen. Ach stimmt, ich wollte die, genau, die Druckplatte wollte ich noch verstellen. Irgendwas war. Ja, genau. Die wollte ich denen hier nach 5 Sekunden geben. Hast du das nicht letztes Mal schon gemacht? Hab ich das schon gemacht? Ja. Du hast auf jeden Fall dran rumgefuckelt. Und hast dich, glaube ich, dabei fast selbst getötet. Ach stimmt. Wenn ich mich dunkel erinnere. Ja, genau. Ich wollte dir aber umstellen, das habe ich schon gemacht, das kann sein. Ich wollte dir aber umstellen, dass du einmal, wie gesagt, diese 5 oder 10 Sekunden, das ist dann. Da hast du die tollsten Selbststoßanlagen, denen bringen sie nix mal was. Also. Jo. Flammenwerfer wäre doch nochmal eine Idee, ne? Oder nicht? Die sind aber auch wirklich, beim letzten Mal haben sie sich da richtig eingeschossen auf die Ecke. Mhm. So, da bin ich gehalten, dann muss ich hier auch durch. So. Vielen Dank, Tommy, für den, äh, für den, äh, für den Host. Ich habe gesagt, das wäre fertig, jetzt geht es wieder vom Hohle los. Äh, warte mal. Ja. Gerade voll die Richtung verpänt. Äh. Also diese Einkaufswagen sind aber auch sowas von fest, ne? Als wenn die da festgeklebt sind. So. Wo ist der, wo ist der, wo ist der denn da? Na, da ist er doch. Oh, 18 Präparaturkits hier in eine Kiste gefunden. Großartig. Wohin, 25, jetzt 18, ein Bruch wird schon. Oh, und noch ein Buch. Bogen schießen für Ranger Band 4. Oh, 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 oh. Habe ich Ranger gehört? Pass. Bogen schießen für Ranger Band 4. Oh, ne, die Hälfte, die Hälfte. ich kann es durchreißen er macht auch ich dann drei brauche ich auch mit arbeit hast du so mit denen wird die gehe ich im gewick die heizung waren die benzin gab es aus öl schiefer ich meine eins für eins weiß ich jetzt gar nicht ich habe mir gerade so 20.000 ausgelastet hier bin sozusagen pleite was was kein geld mehr ich bin pleite jetzt auch zu hause nichts mehr ich habe alles mitgenommen ich hatte was habe ich mit 20 23.000 alles ausgegeben klar munition ohne ende gekauft und messing alles was ich finden und nicht einmal schrotgewehr nichts kann dir ich habe auch noch kohle ich kann dir gerne geben ich bin schon gespannt wenn wir kein messinger finden ich krieg nichts mehr ich möchte mich einmal die bürger war mann du gehst das gibt es ja gar nicht kein schrubflinden nichts also das hast du wirklich selten dass das so ist am anfang hast du das halt oft dann irgendwann ist aber ich doch ärgerlich war die rennen der soldaten echt unkug wie weit ist denn der 3 2 ich komme zurück ja 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 Und jetzt aber auch kein See oder sowas, weil da sind immer ganz kein Brenner, ne? Ötland Schätze, Band 2. Ja, ja, dann hätte ich's voll. Ja, ja, bring's mit. Und es geht weiter, Technik Freak Band 6. Also mal Technik Freak Band 6, hast du gesagt? Ja, hat er gesagt. Ne, hab ich schon. Guck mal schon. Band 5. Ach ja, umso mehr du hast, umso schwieriger wird's noch was zu finden. Das muss nicht Glück haben. Da muss echt Glück haben. Ja. Sonst, äh... Ich hab' den Heizkörper vergessen. Ja, ich hab' den Heizkörper vergessen. Guck, ich hab' den Heizkörper vergessen, ne? Alles mitnehmen. Ja, ja, das Heizkörper. Tatsächlich. Auf einmal, wir sehen. Oh, schreibt mir wieder so'n Brigad's an. Nee, nee. Hall' um. Na, geht auch. Wo wohnen wir denn? Hinter dem Hügel? Da ist nix mehr. Hier ist noch einer. Dausz! Hier ist noch aktuell. Ja. Na toll. Na toll. Na toll. Ja, aber echt. Na toll. Ja, was denn jetzt? Ja. Aber warum denn bloß? So. Ach, wegen? Ja. So. Was? Was? Oh, hier wird nicht gerannt. Hier wird nicht gerannt. Weg. Okay. Wupp. Sie dürfen gut sterben. Ich hab nichts dagegen. Schrot. Ich hab nichts dagegen. Ich bin hier beschützt. Aha. Ich bin hier. Ach so. Hm. 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 Uff. Ist der Hammer, ne? Du findest kein Schrot nichts. Keine Schrotflente. Ne. Ich hab jetzt beim Händler hier auch nichts gefunden. So, überzeugt. Die Folge ist wieder durch. Da sagen wir doch mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, denn, ne. Bis gleich. Morgen. Ja. Bis später. Bis wir sehen uns. Tschüss. Und ich hab X-Software zu von dabei. Okay. Mach weiter. So.